Wenn du ihn absteigst bist, wenn du ihn abgestiegen bist, wirst du dich noch näher am Herzen des Nichts befindest. Es gibt kein Zurück von diesem Ort. Bist du dir deines Weges sicher? Springen sicher genug. Mögen die Götter, die gnädig sein, füge der Beste für mich ein paar neue Löcher hinzu. Na komm doch einfach mit. Die Götter, die wir in der Beste für mich verletzen, sind wir in der Beste für dich. Use das! Es wird verletzen dein Schlauch, wie ich verletze! Gut, was haben die jetzt beide gesagt? Nimm dies, damit kannst du deinen Feind anketten, wie auch ich angekettet war. Bereite dich auf eine Flutfälle vor, wie du sie noch nie gesehen hast. Okay. Gottesgabe der Brücke in Flammen. Vorteil der endlosen Anfragen, Großzügigkeit des ungegangenen Königreiches. Ja, hi. Die grünen Augen der Bessie starrt dich an, ihre spirituelle Besenst schlägt dir ins Gesicht, wie die Hitze eines offenen Schmelzungen. Du kommst auf der Suche nach Vergessen, erstaunlich. Hast du dich mit den Seelen der Toten umhört? Was? Ich spüre, wie sie an dir kleben, wie Schnecken an einem Stein. Nichts ist es nicht. Nichts ist es. Ich werde deine Essenz schlägen und benutzen sie, um dieses Ort zu erheben. Es spielt keine Rolle. Nichts spielt eine Rolle. Ich werde mir deine Essenz holen und damit von hier entkommen. Warum tust du das? Warum nicht? Würdest du das nicht auch tun, wenn du hier gefangen wärst? Würdest du dich auch versuchen, diesem monotonen Nichts zu entkommen? Du hast die Anziehungskraft dieses Ortes erlebt. Ich kann ihm nicht entkommen. Nicht ohne mehr Essenz. Ich habe von den Echos genommen, was ich wagte. Trotz ihrer Widerschaftskraft sind sie Opfer dieses Ortes. Und wie willst du dir meine Essenz holen? Auf die älteste Weise, indem ich dich verzehre. Das Relikt wird deinen Geist enthalten und ihn vor dem Weißen Nichts schützen. Du wirst überleben, auf eine gewisse Weise. Was für ein Relikt soll das denn sein? Sie winkt mit einer Kalle in Richtung eines Gegenstands, der über dem Sockel zwischen dir und dem Drachen schwebt. Er streit spürbare Energie aus. Es sind immer die Leuchtenden, die Ärger machen, was? Was? Was ist das? Ich spüre, dass es Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Geister enthält. Der Anker überdauert hier, wo alle anderen Dinge zu Staub zerfallen. Dafür bin ich hergekommen. Mein Gegenstand mit solcher Macht, dass er selbst den vergöttlichen, vergöttlichen trotz, was seine Macht gesucht ist, die er es mit den Göttern aufnehmen kann. Warum? Zu meinem eigenen Schutz, sie vernichten das, was ihre Vorherrschaft bedroht, wie sie jene vernichtet haben, die vor mir kamen. Wie sie dich vernichtet hätten, hättest du dich nicht ins Nichts gestürzt. Wem meinst du mit, die vor dir kamen? Meine Ältesten, als ich noch jung war, herrschten 300 Drachen mit unerreichbaren Fähigkeiten über diese Meere. So interessant waren sie, dass die Götter sie anhörten, um ihre großen Werke zu verteidigen. Äh, ich glaube, einen haben wir befreit. Die Ältesten akzeptieren das Angebot und verschwanden. Die Götter hatten sie verraten, in die Falle gelockt, ermordet. Weißt du, so wie lange du schon hier unten bist? Hier ist dann der Bestie, die blähen sich auf, als sie ihren Rücken durchstreckt, die Flügel ausstreckt und ihre Spitzen erzittern lässt. Jahre, Jahrzehnte spielt keine Rolle, eher Jahrhunderte. Jahrhunderte. Der Drache lässt sich auf alle Viere fallen, den Kopf leicht gebeugt. Ich habe mit einem Jahrhundert gerechnet, aber nicht mit mehreren. Warum hast du dich aufgegeben? Der Kopf wirbelt herum, er sieht ein Auge auf dich herab. Und dann das andere. Mit langen, knirschenen Geräuschen gräbt sich ihre hintere, linke Klaue in das Eis. Du fragst, warum ich mir nicht... Du fragst, warum ich mir nicht erlaube, zu sterben? Bist du so begehrt auf dein eigenes Ende, wo du weißt, dass dich im Jenseits nichts erwartet? Ich bring dich nur zu gerne dorthin, wenn du das willst. Nein, das wollen wir nicht, also gar nicht. Sieh dich doch nur an, du bist bereits tot. Hast du schon daran gedacht, Rümergand anzugreifen? Tut mir leid, dass ich das erwähnt habe. Nehmen wir mal die zwei. Mit der Beste des Winters kämpfen, was soll das bringen? Sieh dir es sich verblüfft an. Freiheit von diesem Ort, seine Essenz, die du verzehren kannst, vielleicht selbst zum Gott wehren? Wäre jedenfalls besser, als hier herumzusitzen, nur zu warten, oder? Wenn ich mir recht überlege, war das vielleicht kein so guter Vorschlag. Nehmen wir mal die eins. Du willst, dass ich Rümergand fresse, ihn aus dem Nichts pflücke, wie ein Keim von der Weide? Naja, er ist ein Ochs. Diverus. Die Beste Schnaub, violettes Licht flackert in ihren Nüstern. Du bist nicht sicher, ob sie belustigt ist oder nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht gewinnst du vielleicht auch nicht, aber du hättest es zumindest versucht. Selbst du musst verstehen, dass Nichts zu tun manchmal die weiseste Handlung ist. Ich möchte über was anderes reden. Der Kopf der großen Exe lebt sich zur Seite, als sie dich beäugt. Äh, ja. Bringen wir es hinter uns. Das Lachen der Kreatur halt in deinem Geist. Okay, sie ist etwas stärker und angepisst. Das Lachen der Kreatur halt in deinem Geist. Okay, äh, hat er jetzt irgendwie eine Fähigkeit oder was hat er gekriegt? Okay, ich hole mal alles, was ich so finden kann. Au. Das hat ein, zwei in der Heep. Äh, mach ruhig mal das. Natürlich Überraschung, ist aktiv. Ein Herzschuss. Du, benutze mal... ...das hier. ...da beschwörst du mal... ...den Helfer. Nee, der nochmal das hier. Palägyna, das hier. Okay, wir kriegen sie ziemlich gut down. Palägyna, halte du dich mal. Löse sie auf. Schmeiß hier eine Säule an den Kopf. Zwillingspfeil vielleicht. Okay. Totstellen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich glaube, es geht weiter. Das ist ein Aziplin. Ich bin, natürlich. Ja, du bist, Leute. Okay, dann hauen wir mal Heilungen raus. Äh, Paligina halte ich noch mal so normal. Wir bemächtigen mal die Fähigkeit. Äh, Paligina stell mal dein Zeug wieder her und dann benutzt das wieder gegen ihn. Was haben wir hier noch? Du bemächtigst dich auch mal. Äh. Wir lebst Fenrir wieder. Machst gleich mal eine tödliche Überraschung. Okay. Du hast weiter Aufwand drauf. Äh, du. Oh, sehr schön. Das lädt sich in dieser Zeit wieder auf. Okay, durchdringender Schlag noch von Idee. Für den Herzschuss habe ich nichts mehr. Oh, aber ich kann die Wildheit heraufbeschwören. Das da. Dann aktivieren wir mal die Welle. die macht nämlich auch ziemlich guten Schaden. Jetzt könntest du aber langsam mal sterben. dafür, dich zu heilen. Vor allem Ding. Äh. Reinigende Flamme. Noch mehr Auflösung. Okay, tot. Puh. Der Drache stellt sich vor auf seine Knie und kratzt mit seinem Vorderclown an seinem Haken im Brustkorb herum. Wenn er sein fauliges Fleisch oder er kann Energien immer ausgebeut und verzehrt wird. Die Bestie wirft den Kopf zurück und brüllt. Ja, den Phylaraktion aus der Brust reißen. Schnapp dir das Phylaraktion. Ja, mit Hilfe von Magie freispringen. Essenze explodiert im Inneren der Brust des Drachens und durch das Relikt herausgeschöpft wird. Es schlittert sich drehend über den Boden bis es vor deinen Füßen zum Stillstand kommt. Ja, du hast einen Gegenstand erhalten. Erisilas Hoffnung. Okay, der heißt, das Drachen wendet sich. Er dreht seinen Kopf um dir mit seinen leuchten Augen einen unheilvollen Blick zuzuwerfen. Ja. Könnte ich jetzt dann bitte speichern? Nein, ich habe, ich darf nicht mal seine Leiche plündern. Das ist gemein. darf ich jetzt dann speichern, bitte? Ja. Aus dem weißen Nichts entkommen. Können wir gleich machen, also in der nächsten Aufnahmesession. Ich speichere jetzt erstmal. Das wäre jetzt LP 0 6 5 speichern und da sehen wir uns gleich wieder. doch.